ich würde gerne fliehen oder mag die bannen wirken da ist mit gestorben wo war mein letzter quicksave der war hier ja der war vor dem nie nach dem basilisken kampf okay ich hätte vor dem seltsamen haus speichern sollen ich habe genug davon dass ich kennenzulernen freund so der erst mal an das haus konnte ich mich gar nicht mehr erinnern die wahrscheinlich habe ich das irgendwie immer verdrängt okay hier ist niemand ich habe genug davon nichts leichter als das ihr poliz taverne da schlafen wir wieder drin die panzerhandschuhe haben wir haben wir auch die zauberung gestellt haben hier schlafen so das identifizieren das identifizieren ja das benutzen was wollt ihr gut kurz den hinteren raum aufdecken und wieder raus hier beinahe unter meiner rote kann ich wieder hoch vielleicht gehen wir dann zuerst mal in das haus das wäre vielleicht die beste idee quicksave das haus machen dass die ogam mag die dem haus töten es wird nichts leichter als das oder erst einmal kurz mit dem wo hier stehen jede menge kinder rum hier stehen auch kinder der war hier drüben niemand wird gezwungen in die fußstapfen seines vaters zu treten fühle mich geehrt ja das kennen wir ja alles schon so das ist das haus 10.000 goldmützen auf meinen kopf deswegen sind das so viele ogam magie sagt was ihr wollt okay alle mal aufstellung beziehen bitte clicksafe immerhin knackt die tür so jetzt wird mal ordentlich gebufft und dann können wir da reingehen so da sind schon mal sehr viele ogam magie also werfen wir da einfach einen rein so schicken den rest schon mal drauf wirken verwirrung auf den da hinten einer dürfte schon mal weg sein der beschwert hunde so jetzt noch die hunde weg auch wenn die kalte nichts geben weil sie ja beschworen sind und solange das hebt gucken wir gleich mal nach oben ob hier noch mehr ogam magie rumstreuen gab das einen eintrag nein gab keinen eintrag davon dass uns eine ganze horde ogam magie an den pelz wollte aber hier der feuerball hat wenigstens gut funktioniert gut hier ist nichts dann aufstellung ihr habt eine aufgabe du kannst bei kalte mal schwere wundern während sie sich hier um guckt hier gibt es nichts hier gibt es auch nichts nein hier auch hier auf dem sehr schön geheilt 29 gold nützen ok du hast keine heilung mehr für dich also heilst du dich einfach mal so und runter wieder kampf und beschwörung beendet nichts leichter als das blitz zauber edelstein 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 du nichts du nichts dich hatten wir schon nein geld edelstein heizkette so edelsteine zu ihm heizketten auch inventarfeuer also kommen die nun zu dir blitz zauber kannst du schon soweit ich weiß also weg damit jo der ist mal wieder voll nun das war mal interessant würde ich fast schon das so nennen ja gut gehen wir wieder raus hier und wenn wir draußen sind quicksafen wir gut so das heißt wir gucken uns jetzt hier wieder noch die hintergasse da an also den bereich hier und dann gucken wir uns das restliche fitzen hin da an ihr benötigt etwas das war vielleicht eine aktion ich war halt nicht echt nicht auf sechs auger magie gefasst jeder von denen schlimmer als der andere entwickelt gefällt mir nicht ein besserer anführer könnte vielleicht helfen habt ihr etwas gesagt nein wir haben nichts gesagt wir wollen uns nur hier schnell umgucken was wollt ihr nichts leichter als das so ihr könnt ruhig weiter laufen so hier fällt die tür aus den angeln genau und hier unten waren wir noch nicht das heißt jetzt geht es hier hoch und dann haben wir das hier auch alles abgeklappert das heißt jetzt geht es wieder hier drüben weiter also ja das ist abgeklappert das können wir nicht aufdecken wir noch das hier zum aufdecken gehen wir mal wieder vor dieses haus und werfen wir mal einen blick auf die oh na ich hatte was vergessen sagt was ihr wollt und zwar die panzerhandschuhe zurückzugeben wo laufen die leute hin wo laufen die alle rum kommt schon manchmal hätte ich gerne einen speed boost irgendwie schon sehr gerne so das ist die falsche lagerhalle wir müssen eins weiter da war der basilisk drin da ist wieder das seltsame bild mit der kurtisane und dem kleinen jungen und bewegt euch da rein so so handschuhe ja hier haben wir wieder und dann gehen wir jetzt erst hier unten lang und gehen dann hier hinter den häusern hoch genau diese gruppe ist außerordentlich viel versprechen sind sogar schon wieder bettler auf den straßen unterwegs so hier waren die oga magie drin hier ist ein haus was wollt ihr ich hab genug davon ich bin ganz ohr mach mal saison öffne dich denn ich verschwinde jetzt ok hier sehen nur scheinen nur normale bürgerliche drin zu wohnen und ja ich tue die leute nicht mehr erleichtern um ihr gold sondern ich gucke einfach nur ob wichtige personen in den häusern sind weil wie gesagt dann ist es ein bisschen ruhig bei dem gedanken sich mit hier bald das tor auffällig zu machen ich bin ganz ohr ich bin ganz ohr so hier ist auch verschlossen ja ich bin ganz ohr öffnen kleine kinder ja und hier oben denn ich verschwinde jetzt hier ist auch niemand ok denn ich verschwinde jetzt gut wir haben das eine lagerhaus mit dem basilisken geflündert es war gut aber auch nicht wirklich viel daraus geholt ja der dekadenz der wasserkönigin die hat hier einen eigenen kleinen privatpool sieht doch toll aus oder hier unten geht es nicht mehr lang und die fässer hier sehen wahrscheinlich ach die sind verschwunden die fässer hier die so komisch aussahen so jetzt bleibt nur noch eigentlich das gebäude hier das große das müsste hier oben liegen ist das die das ist entweder die gemeinschaft der sieben sonnen oder aber jetzt kommt das was ich beim ersten mal durchspielen richtig verrückt fand das hier ist ein großes gebäude fast schon wie ein eine burg wenn man sich das mal so ansieht ich gehe mal drum herum etwas dran vorbei da sieht man es ein ziemlich großes gruselig aussehendes gebäude das ist ein großes das ist ein großes